Traditionelle Handwerkskunst trifft auf kreative Kundenwünsche. In der Altstadt Goldschmiede wird ihr Traum vom persönlichen Schmuckstück erfüllt. Der Laden von Goldschmiedemeisterin Nicola Milch-Espenschied im Zentrum von Alzey ist eine besondere Adresse für Schmuckliebhaber. In der Werkstatt fertigt sie Unikate nach ihren individuellen Vorstellungen. Für die unverwechselbaren Kreationen werden hochwertige Rohstoffe aus der ganzen Welt oder von ihnen mitgebrachte Materialien verwendet. Das Leistungsspektrum umfasst alles von der unverbindlichen Beratung über Um- und Neugestaltung bis hin zur Reparatur und Pflege. Zahlreiche Kunden von nah und fern sind von der Vielfalt der Möglichkeiten und den überaus angemessenen Preisen begeistert. Denn hier wird nicht nur das Geschick und die langjährige Erfahrung, sondern auch die Leidenschaft zum Handwerk ersichtlich. Altstadt Goldschmiede – besuchen Sie die Herren der Ringe! Altstadt Goldschmiede – besuchen Sie die Herren der Ringe!